Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüsse Sie herzlich nach den Sommerferien zur Vorschau auf die neue Weltwoche. Ich habe einen Ausdruck des neuen Covers, das ab morgen dann am Kiosk liegt, vor mir. Die beiden Persönlichkeiten auf dem Titelbild Bundespräsidentin Simonetta Somaruga und etwas nach hinten verschoben Staatssekretär Mario Gatticke, der Chef unseres Migrationsamts. Wir bleiben also an dem brisanten Thema der Stunde dran, nämlich jener Asylentwicklungen, die wir derzeit sorgenvoll beobachten, jene illegale Migrationswelle, die derzeit ganz Europa und auch der Schweiz zu schaffen macht. Dieser Tage hat ja auch Deutschland wieder massiv verschärfte Migrationszahlen vermeldet. Also hier ist geradezu eine kleine Völkerwanderung im Gang oder, wie man etwas pointierter sagen könnte, auch eine Art internationaler, illegaler Pendlerverkehr, weil viele dieser angeblich illegalen Flüchtlinge reisen ja in den Ferien zum Teil in jene Länder wieder zurück, in denen sie angeblich an Leib und Leben bedroht sind. Leider setzt die Schweiz unserer Meinung nach hier die ganz falschen politischen Akzente. Das ist auch der Tenor des Artikels von Alex Reichmuth, der aufzeigt, wie in der Schweiz sozusagen eine rechtswidrige, müsste man fast sagen, oder zumindest nicht im Sinne und Geist der Flüchtlingskonvention gehaltene Willkommenskultur zementiert wird in Bern, wie Anreize geschaffen werden, dass diese illegale Migration eben nicht bekämpft, sondern geradezu stimuliert wird. Ich bin selber sehr, sehr besorgt über die Entwicklung, die hier abgeht und die Weltwoche versucht hier Woche für Woche konstruktive, kritische Beiträge zu leisten. Denn etwas, meine Damen und Herren, ist hier ganz wichtig. Mir persönlich ist diese Asyltradition, die wir haben, die humanitäre Tradition, die ist für mich sehr, sehr bedeutsam. Aber wenn wir an dieser Tradition festhalten wollen, meine Damen und Herren, dann müssen wir auch entschieden ihre Missbräuche bekämpfen. Und ich mache keinem Migranten, keinem jener illegalen Migranten einen Vorwurf. Diese Leute nehmen die Angebote an, die wir ihnen hinstellen. Und das ist letztlich nichts als menschlich. Die Fehler werden von unseren Behörden gemacht, von unseren Verantwortlichen, die nicht bereit sind, die eigene Rechtsordnung umzusetzen. Das ist der Tenor unserer Berichterstattung. Hier versuchen wir weiter, konstruktiv, kritisch einzuwirken. Nun, es sind natürlich auch noch andere Themen in der neuen Weltwoche drin. Lassen Sie sich überraschen, lassen Sie sich inspirieren. Ich freue mich, wenn Sie sich melden, wenn Sie Feedback geben, auch kritisches Feedback. Wir stehen offen für den Diskurs, für die Debatte. Und auf jeden Fall wünsche ich Ihnen sehr anregende Minuten oder Stunden mit der Weltwoche. Und ich wünsche mir, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Alles Gute, bis dann, eine schöne Zeit. Besten Dank. Und ich wünsche mir, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Vielen Dank.